Hi, und jetzt auch von mir. Willkommen bei einer neuen Folge Helped as Farming. Ihr habt nämlich vergessen, den Aufnahme-Button zu klicken. Warum zähle ich dann runter? Ja, ich habe gedrückt, aber ich habe dann die Aufnahme für zwischendrin beendet, weil ich mir gedacht habe, unsere Outtakes war. Unglaublich. So, what can I do? Tell me about it. Gut, so, pass auf. Gut, Ella, bei dir ist alles gut mit Ansehen, ne? Ja, mein Produkt fährt wieder schneller, das ist so schön. Das ist super. So, gut, Hayley, wir haben noch ein Feld dazu gekauft. Ja, es ist gedüngt. So, also, wir gehen mal Escape-Menü. Ja. Dann gucken wir einfach mal bei der Bodenbeschaffenheit. Ja, es ist gedüngt. So, welche Düngestufe haben wir denn? Hellblau, 50%. Okay, was meinst du, können wir da vielleicht gucken, ob wir da noch eine andere Düngestufe brauchen? Möglicherweise könnten wir ihn mehr brauchen. Ja, meinst du, das geht's vielleicht? Und vielleicht können wir ja hier auch nochmal drüber düngen. Ja, auf der 41, äh, auf der 38, hier hinter dir. Also neben dir, rechte Hand. Nimmst du nochmal den Düngerstreuer, nehmen Sie sich Ihren Traktor mit Asphalt schneidern und dann lassen Sie es knacken. Oder wollen Sie mal aufräumen, wo ist sie jetzt? Hilfe! Hallo! Ich hab mein Box da oben ausgemacht, das ist ein Versehen. Hallo! Guckst du dir nicht mal zu. Wo ist sie denn hin? Ähm, hier, die Dachtaste drücken, nimm dir eins. Das geht nicht, doch. Na doch, nochmal. Okay, okay, okay. Jetzt, nochmal, warte. Jetzt hat's das. Unglaublich. Guck, hier, das Feld, Düngen. Ja. Na, guckst du mal. Und dann hier der 41, guckst du mal, ob man es düngen kann. Ja, wahrscheinlich können wir beides düngen, oder? Ja, ja, und wenn du das fertig hast, lädst du hier noch ein paar Balletten auf. Mhm. Wo ist denn der Dünger? Dass die denn wegkommen. Der Dünger ist hier im... Hier ist er. Hier in der Halle. Hier hinter dir. Ja, hier. Hinter der Kuckuck. Hier steht Dünger. Vielen Dank für die Info. Hier steht Dünger. Wir kriegen die Dünger her. Haben wir da noch was? Ja, warte, Dünger. Doch, 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 doch. Ähm, so. Warte, warte, warte. Die Silo kann mit Dünger aufgefüllt werden. So, warte, wo stellen wir denn das hin? Ach ja, das drehen wir hier hin. Dünger kommt hinten hin, oder? Das stellen wir hier hin. So. Schön, Frau. Hier am Silo. Hier hinten am Düngesilo. Ja. Warte, hier muss ich schon. Wer wirft denn da das Geld zum Fenster raus? Ja, ich muss euch ja ein Zeug kaufen, ne? Du hast was gesagt. Ich erinnere dich dran. Jetzt bitte hier dann mit dem Dünger auffüllen. Na, das ist dann ganz schön. Also. Dominik, füllen wir dafür hinzupfen. Ich finde es ja hübsch, gell? Aber es ist irgendwie nicht so hübsch, wenn man gucken muss, dass man das richtig andingst. Was? Du machst das schon. Heinz-Johann, vielen Dank für deinen Follow. So. Weißt du, da guckst du nach oben und das Geld geht halt weg wie warme Semmeln. Das ist halt so. Und dann sagt er, wir können hier keine Ponys kaufen oder so. Und ich darf keinen pinken Bulldog haben. Blaulicht-Master, pink gibt's nicht. Das ist abgelehnt. So. Wo muss ich jetzt hier die Kursdängchen hin? Wo muss ich denn? Oder wie muss ich denn? Warte, wo bist du denn? Du fährst hier ran. Und drückst er. Komm noch ein Stück ran. So, drückst er. Und dann müsste es gehen. Nob. Wie? Nob. Na doch. Nob. Na, fahr mal rum. An rosa. Genau, kein pink. Dann rosa. Komm mal rum und drück, äh, R. Der Schweizer, schiert mit 100 Bits. Dankeschön dafür. Gibt's für dich das Herz, muss ich von Herzen glauben. Dankeschön, mein Junge. Vielen, vielen Dank. Gar nix. Im F-Bulldog auch noch Asphalt-Trendscheiben runter machen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Äh, dann kann man hier hintergefahren. Müß aber gehen. Mach mal, mach mal mit. Und fahr mal rum. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Hast du es auch angewählt? Ja. Das Gerät. Ja. Aber es kann doch nicht sein. Ja, ich bin einfach leer. Bitte geh mal ran gucken. Abdeckung aufmachen. Abdeckung aufmachen. Die Abdeckung müsste normalerweise von alleine aufgehen. Nein, die ist auf N. Mann. Die geht aber auch automatisch. Ich schätze, dass das nicht ging. Jetzt geht's bestimmt. Mein Chat hat bestimmt drei. Ja, dann fragt er dein Chat. Macht er das Projekt mit deinem Chat. Jetzt funktioniert's. Bam. Ja, dann macht er das Projekt mit deinem Chat. Fahr mal, ich danke dir. Gut, in Zukunft. Hayley, machst du dein Zeug so alleine? Du kennst dich ja jetzt aus. Ja, die haben mir vorhin auch gut geholfen beim Shoppen. Du hast ja deinen Chat jetzt. Du musst ja, du fragst ja auch nicht. Davon mal abgesehen, du fragst ja auch nicht. Du fragst, woran liegt's? Ja, man muss ja erst mal ab, man muss ja erst mal austesten. Man muss ja erst mal gucken. Aber, Mist, ich kann und weiß alles. Bitteschön. Tu dir keinen Zwang an. Ich muss den senken und ich muss den dann anmachen, oder? So. Frag dein Chat. Guck mal, eine heimliche Zicke. Voll. Der wird nicht gesenkt. Und nicht am Rand fahren. Bitte, hier. Dann red halt mit mir. Ja, dann frag mich doch immer, Arsch und Zwirn. Ich hab nicht gefragt, du hast gesagt, frag dein Chat. Du hast mich nicht gefragt, wie das funktioniert, ja. Du hast gesagt, frag dein Chat. Nein. Guck, pass auf. Pass auf, ich zeig dir das jetzt einmal. Du stellst dich jetzt hier gerade hin, mit Fahrtrichtung zu mir, dass du mich anguckst vom Schlepper aus. So, gerade. Gerade heißt parallel zum Feldesrand. Ja, ist doch ungefähr. Gut. So, jetzt öffne mal mit Escape, bitte. Vielen Dank für eure Follows. Mit Escape. Die Escape, mit Escape, die Karte öffnen, bitte. Ja. Da siehst du jetzt auf Feld 38, ist sie ein bisschen hell. Ja. So. Wenn du jetzt, äh, muss gewalzt werden auf der Bodenbeschaffung halt, auf der rechten Seite wegmachst, dann siehst du hier das Dunkelblaue. Ja. Was sagt uns das? Gedüngt. Nein. Hier ist schon alles gedüngt. Wenn das so dunkelblau ist, guck mal auf deine Legende an der rechten Seite. Ach, ja, das Unkraut war noch drüber. Ich habe nur die blauen Punkte gesehen. Also, das heißt, hier sind wir fertig. Gehen wir hier rüber. Komm schon bitte hierhin gefahren, wo ich stehe. Bitte in gerader Linie. Bums, da gibt es nur eine Taktik. Nicht ins Kreuzfeuer geraten. Nur aushalten. Noch ein Stückchen gerade, bitte. Du stehst nicht parallel zum Feldesrand. Danke, so ist gut. Siehst du auf Escape, siehst du da die Karte? Äh, ja. Wie sieht die aus? Ja, immer noch hellblau. Richtig. Was sagt uns das? Dunkelblau geht schon. Also, was sagt uns das? Düngen. Richtig. Also, jetzt nicht senken, oder? Nein. Warum muss man den nicht senken? Weil der oben ist, wenn du den senken würdest, senk den mal. Ja, bevor du losfährst, bevor du irgendwas machst, senk den mal. So, steig mal aus. Ja. So gut. So, jetzt guck mal, was der macht, wenn du im gesenkten Zustand so über den Acker fährst. Okay. Der macht alles kaputt. Warum gibt es denn dann die Funktion überhaupt? Weil, wenn man den abbaut, senkt man den. Und dann koppelt man den ab. Ach so, stimmt. Da war ja fast, das ist gerade besser wie jedes Hörbuch. Und jetzt anschalten und jala. Ähm, ähm, ja. Mit B? Ja, ich habe es gerade gefunden. Ich war ja, ich habe es gerade gefunden. Wunderbar. Und damit du dann gerade Linien findest, kannst du dann auch auf Escape-Menü gucken, ob das so passt, wie es ist. Ne? Zählst du davon? Wundervoll. Wundervoll. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Unglaublich. Aber heute kostet es nämlich echt Nerven. Also graue Haare vielmehr. Die hast du vorher schon. Tolla. Bitte? Die hast du vorher schon. Mhm. Warum denn? Unglaublich. Ich glaube, das Projekt geht schon eine Weile. Mhm. Mhm. Nicht immer dazu fassen. Leute, hört einfach zu und genießt es. Nein. Oh, das ist ja auch so. Hört weg. Hört weg. Mein Chat feiert es gerade ab. Hayley? Ja? Wird das was? Um den Dünger nicht zu verschwenden, kannst du auch, wenn du aus dem Feld rausfährst, den Düngerstreuer ausschalten. Hab ich. I did so. Mhm. Okay, ich weiß. Ich weiß. Aber sie macht das gut. Anschluss kannst du Grasmähen fahren. Guck, er gibt es noch wenigstens zu. Trotz allem. Was denn? Dass sie es gut macht. Natürlich macht sie es gut. Ihr macht es beide gut. So. Aber. Ja, gut. Alex, bei mir ist alles ganz entspannt. Wie gesagt, nicht ins Kreuzfeuer geraten. Und da passiert nichts. Was ist denn bei einem Kreuzfeuer? Ich müsste mich da nicht einbauen. Das können sie mich nach hinten losgehen. Boah, wir sind doch tief entspannt, oder Hayley? Bevor ich von der Hayley einen auf den Deckel kriege. Ah, wo? Hier. Hier war ich ja nicht. Das ist alles tief entspannt. Da hände ich niemals zusammen Stroh. Dass du jetzt auch wieder mit dem Thema anfangen musst, ne? Mit dem Stroh. Wollte er. Wollte er. Habe ich ihn auch schon darauf hingewiesen. Hat er aber heute wohl nicht so auf dem Show. Ja, genau. Und warum? Warum habe ich es nicht gemacht? Ganz einfach. Dass er es lernt. So. Ganz einfach. So ist das. Tora. Tiedemann. Hat gewusst, habt im 16. Monat. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es herzlich das für den Herzengruppen. Danke, danke, danke. Einen wunderschönen guten Abend. So. Das machen wir hier erstmal. Jetzt mache ich ja erstmal meditativ. Das mache ich, was meditativ ist. Ich male jetzt. So. Wenn ihr das mit dem Stroh wissen wollt, schaut mal die vorigen YouTube-Videos an. Das ist nicht ein Wort dazu fassen. Ja. Da ist das. Das erste. Nee, 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 nee. Das ist nicht ein Video. Das ist schon die Outtakes. Schaut die Outtakes an. Bei der Hayley auf dem Kanal. Hayley Cloud. So. Wo man ja wenigstens noch ein bisschen was meditatives. So. Aber, hey Mädels, wenn man das so sieht bei euch beiden, das wird schon. Also es ist nicht Schöpfen Malz verloren. Das ist gut. Geht aus wie glant. Das ist, ja gut. Das passt doch, oder? Wir wollen es nicht übertreiben. Aber so. Das passt ja. Dann kannst du, kannst du das machen. Nein. Du nimmst dir jetzt deinen Schlepper. Aber, aber, aber. Und nimmst dir nichts aber. Und nimmst dir die Mähtechnik. Und dann fährst du Grasmähen. Weil, wir brauchen ja auch wieder Gras. Wie die Ponys. Ja, unter anderem. So, jetzt bin ich gerade am überlegen. Sollten wir hier, wartet mal. Theoretisch, wenn wir jetzt hier so das Ding hinsetzen. Was denn? Was für ein Schlepper? Den du gerade hast. Dein Schlepper. So, dann guckst du hier in die Hallen rein. Mähwerk, Front- und Heckmähwerk. Kannst du nehmen. Und dann kannst du, kannst du losziehen. So, warte mal, wenn wir das hier nehmen, können wir das Ding da hinten reinstellen. Können wir hier rumfahren? Das passt. Komm mal her, Perle. Komm mal her. Komm mal zu mir. Komm mal zurück. Guck mal hier. Sag ich mal, das ist Heckmähwerk. Und das ist Frontmähwerk. Dann ist vor dir die Presse noch raus. Okay, so. Ja. Schön. Und der Gewicht packst du vorher auch noch weg, ne? Ja. Das brauchst du nicht. Macht Hafer denn auch Stroh? Ja, natürlich. Ah, okay. Wenni, eine wunderschöne gute Nacht. So, junge Frau, sehen Sie, ich mache Ihnen Platz. Nee, aber wirklich, was ich vor uns noch sagen wollte. Ihr macht das wirklich beide gut. Da kann man nicht schmeckern. Na, das ist... Dafür, dass man da nicht meckern kann. Ich meckerst du aber schon wieder. Hallo, pass mal auf. Du weißt schon, wenn wir da was zu bereden haben, das ist eine andere Ebene. Und wenn du das so rauskitzelst, ist das nochmal eine ganz andere Ebene. Ich kitzel ja gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, Heidi, aber ich fühle mich gelobt. Siehst du, siehst du? Schön, Ela. Fühlst du dich jetzt nicht gelobt, Heidi, oder was? Das freut mich, Ela. Ich mich fasst auch. Wieso fasst? Red mit mir. Du bleibst stehen. Guck mal, ich hab's geschafft. Das ist schön, das freut mich. Warum fasst? Hallo. Ich rede mit dir. Ich hab irgendwas arbeiten. Mein Tirea Moga. Wo muss ich hin? Wo muss ich denn mähen eigentlich? Ich sag nicht hier oben. Red mit mir. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn was mähen? Oben. Oh, bei der 2. Ja. Oh no, aber das... Ist da überhaupt schon wieder Gras gewachsen? Wächst das einfach so? Ja, ja, natürlich. Wächst Gras einfach so? Ja, ja. Wenn ich jetzt da umsonst hinfahre, warum kann ich dann hier nicht mehr einsteigen? Gras wächst doch in deinem Gras. Weil du hast es sogar gesagt, ob du dich nur gelobt fühlst oder nicht. Oder warum nicht? Geh du, Mann. Ich geb Pony rein. Nein, du gehst mähen. Nein, du gehst mähen. Komm, geh mähen. Geh mähen jetzt. Gehst du jetzt mähen? Geh mähen jetzt. Hallo, mähen muss auch gemacht werden. Renn, Pony. Renn weg, Pony. Renn weg, Pony. Wo ist die? Oi. Du gehst mähen. Hallo. Du steig. Oh, wir tun schon die Backen weh, Leute. Hörst du stehen jetzt? Du wilde, wilde, wilde. Bleibst du stehen? Niemals. Verfolgungsjagd hier. Hat aber auch eine Rennstür. Bleibst du jetzt stehen? Wie der Wind. Bleibst du jetzt? Warte mal. Wie war das? Süderhof. Warum fühlen sie sich nicht gelobt, junge Frau? Die Kinder vom Süderhof. Aber es war doch ein Lob, oder nicht, Eda? Ja, wundervoll. Ja, doch, auf jeden Fall. Galle? No. Bleib stehen. Niemals. Bleib stehen jetzt. Niemals. Hörst. 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 Ich krieg dich. Bleibst du jetzt? Hörst. Unglaublich. Schon eine Idee, wie du deine Folge nennen wirst? Wir sollten die Pferde eigentlich Amadeus und Sabrina nennen. Nein. Bitte. Nur das nicht. Nein. Nein. Weißt du was? Ich darf hier gar nichts. Was? Erfang du doch nicht. Ich darf hier nicht die Pferde umbenennen. Was? Ich darf hier stillen Gehorsam leisten und ab und zu vielleicht dafür gelobt werden. Super. Und vor allem Steine sammeln. Ja, und Steine sammeln. So eine Arschlocherarbeit. Hallo. Seiler ist so einer. Nichts darf man. Warum sollen wir die denn Amadeus und Sabrina nennen? Bleib stehen jetzt. Das sind Bibi und Tina. Auf Amadeus und Sabrina. Unglaublich. Sie reiten im Wind. Sie reiten im Wind. Oh no. Wie ist es denn jetzt? Fährst du denn jetzt mähn oder? Nicht so viele Fragen einfach mal machen. Ich bin nur unschlüssig. Komm. Ich sitze hier gerade auf Caitlin. Halle. Halle. Bleib kurz stehen. Bleib kurz stehen. Bleib kurz stehen. Komm schon, fall mir halt den Rücken. Halle. Bleib kurz stehen. Würdest du? Bitte. Mache ich jetzt einfach hier der Ton aus. Darf ich jetzt wieder in den Hof oder wie schaut es eigentlich aus? Bin ich im Hof? Ich kriege hier die ganze Zeit das Dings. Oh und Dankeschön für nochmal 10 Geschenke. Weiß einer von euch, wie man bei OBS die Alertbox leise kriegt? Ja. Ach, warte. Huch. Halt ihr den? Ja. Hör doch, hier nehme ich den Spieß an wieder an. Weil sonst kommt das die ganze Zeit. Mann, den Schirp mit 95 Spitz. Dankeschön dafür. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Momo. Dankeschön. So. Ups. Die neue Alertbox, wisst ihr, Leute. Die neue Alertbox ist noch nicht so ganz, mein Freund. Noch nicht. Kommt aber gar kein Sound mehr. Den hörst du noch nicht, aber die Zuschauer hören den. Aber. Ja. Ehrlich? Aber. Aber ich will den ja vielleicht auch hören. Ja gut. Ich will den eigentlich ja auch hören. Die will ja wissen, was abgeht. Dann kannst du es später über Tibi oder äh, ich sag schon Stream Elements oder so machen. Kommt drauf an, wo du es eingebunden hast. Ja. Okay. Ah, ein Baum. Okay. Oho, dankeschön für die Bits. So. Da hoch ist ein Supporter Boy. Ein guter. Ein guter. Ein guter. Ein guter. Ich wollte Hupen auf E. Was ist denn jetzt passiert? Ich wollte Hupen auf E. Bin dann wohl. Wolltest du Hupen? Hupen ist, Hupen ist Null. Ja, ich weiß. So. Ja. Alles klar, macht das. Wobei der hat schon genug Falten und graue Haare für heute. So, heilig. Oh no, jetzt geht mir wahrscheinlich mein Saat noch aus, oder? Abwee. Theoretisch nicht. So, machen wir hier erstmal. Ich glaube, ehrlich gesagt auch nicht. Bitte was? Die Hoho's 1000 Geschenke, aber es holt keiner mehr ein. Nee. Hoho, mit Ankündigung oder was? Du bist ein Verrägter Hund. Äh, ist es unglaublich. Hoho, du bist halt, ah, es ist unglaublich. Hoho, vielen, vielen Dank. Er schenkt der Community 10 Sub Geschenke. Hoho, Dankeschön dafür. Gibt es auch für dich, das Herz, was von Herzen kommt hier. Danke. Danke, danke, danke. Löwe, dir auch einen schönen guten Abend. Hoho, Dankeschön. Danke, danke, danke. Ja, sogar ich, das ist immer bling. So, ja, ist schon ein bisschen laut. So ein bisschen laut. Björn, Fragen zu den, das hatte ich letztens schon mal im Set geschrieben, Fragen zu dem Wohnort des Streamers werden, soweit es der Streamer nicht erwähnt, nicht beantwortet. Also könnt ihr euch Fragen schenken. Weil jeder... Ja, außer ich beantworte es halt soweit, wie ich es beantworten werde. Ich habe es ja, habe ich ja gerade gesagt. Habe ich ja gerade gesagt. Und John Cena mit 100 Bits, hoho. Dankeschön, auch dafür gibt es das Herz, was von Herzen kommt. Dankeschön. Nee, Quatsch, mit 1000 Bits, Junge. Dankeschön. Alter. Da ist vielleicht noch mal ein bisschen mehr hinten dran. Danke, danke, danke. Ach so, und ey, Mensch, ah, YouTuberinos, ne, es ist halt mal wieder eine Extrafolge. Ihr seht, ich bin im Bauen drin. Wenn es euch gefallen hat, lasst das Däumchen da in diesem Sinne. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Tschüssi.